Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls. Äh, die letzte Folge war sehr emotional. Ich fühle mich besser. Ich habe zum zweiten Mal, interessanterweise, die Kristallechse verpasst. Ich wusste gar nicht, dass die wieder auftauchen, aber scheinbar schon. Scheinbar sind die Entwickler doch ganz in Ordnung, der ist dort, okay. Aber wo geht es hier denn lang? Da geht es nirgends wo lang, okay. Dann machen wir den mal platt. Komm, ich mache es zu klein und ich habe eigentlich jetzt erwartet, dich in den Rücken zu stechen. LOL, was? Blutungsschaden nur vom Blocken? Kann ich dich nicht? Nein, kann ich nicht. Oh oh. Das ist nicht, was ich erwartet habe. Ich wollte runterspringen. Na gut, der ist sehr aggressiv. Der muss sich erstmal abreagieren. Und dann kann ich ja weiter angreifen. Ja, komm, reg dich ab. Ich treffe auch nicht je, denn... Ah, man ist berühmt, sehr schön. sehr gut Dumpst ablassen ist gar kein Problem solange man wieder auf den Boden kommt und was ist hier okay nichts Schöner was ist hier, die Brücke was ist da auf der Brücke ist nichts okay was ist das für ein Windgeräusch Windstoßgeräusch, das ich habe zum Zuhören ist das der Probenschütze auf dem Turm oh warte, darüber mache ich mir jetzt das Gedanke nicht, dass der Anfind auf mich zu schießen oi, das wird eine anscheinende Folge äh, eine Runde hier meine ich nein, das ist ah, ha, 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 ha moment ich weiß nicht, ob ihr es gerade auch gesehen habt, aber schaut mal gesehen habt, schaut mal was da im Haus steckt und schon vor dem Haus ha, 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 ha oh ha, ha, ha oh weia Warte mal, saßt er nicht da auf dem Turm? Oh, oh, ist er weg? Oh, oh. Nein, sagt mir nicht, er teleportiert sich auf der Karte herum und beballert einen einfach so. Halt. Ach, du Scheiben. Ich habe das Ding noch nicht bekommen, nicht gesehen. Oha. Ne, er ist scheinbar doch da drauf. Ist er das? Das ist er. Ach, du Heilige. Kann ich da vorbei? Na gut, ich bin in Reichweite, wie es scheint. Es scheint. Ach, alter Schwede. Ich wusste jetzt, ob er das nicht hat. Ach, du Heilige. Junge, renn, 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 renn. Loll, was? 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 Boah, was ist das für ein Schafschütze? Alter Schwede, Junge, 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 Junge. Alter Schwede. Wie viel Loot? Ich habe doch nicht mal gesehen, was ich bekommen habe. Na gut, ich schaue später noch mal da aufnahme. Tschüss. Tschüss. Boah, Heilige. Alter Schwede. Ach, wie schön. Ach, ob er das überlebt hat. Brandbomben, ja, schön. Versteckte, die Kehle, der Kehle, keine Ahnung. Sie fressen. Alter. Heilige. Alter. Vielleicht hat Dieter was getroppt. Alter. Asche eines Dingspunks. Was ist der Tumptas? Alter Schwede. Loll, was? Was hat... Wie mache ich so wenig Schaden? Was ist denn jetzt los? Komm, Konzentration, Junge. Ach, der hat... einen Zweihänder. Oh, okay. Alter, krass. Was habe ich da gerade bekommen, alles? Okay, hier scheint er nicht zu schießen. Vermutlich wegen den Bäumen. Ich schaue mal. Alter, was habe ich da gerade alles bekommen? Asche eines Bestandters. Okay, ermöglicht er, bleibt neuer Gegenstände bei Schreindienerin. Oh! Schreindienerin? Ach, der Dame auf dem Schulz, die mir Sachen verkauft. Hab ich hier bekommen, ich versteckte Keule? Mhm. Langschwert, langschwert, langschwert. Breitschwert? Hey. Nee, das ist besser. Alter. Ja, was noch? Was ist denn das? Status holter? Nee. Hier, das ist das Blau Holzschild. Okay. Barriere, oh, okay. Ach, mein... Wow. Hier, das ist das Klerikerhut. Oh. Scheinbar habe ich da eine Leiche gebootet. Blaue Klerikerhobe. Okay. Klerikerhutschuh. Hm. Und das ist ja leichte Rüstung. Klerikerhutschuh. Und das war's? Das war's. Also einen... Also, also... Voll ausgerüsteten Klerikerhutschuh. Der hat gerade genommen. Gut, okay. Ich habe keine Essensverkaufsbefacht. Du heilig. Das ist schwer. Äh, habe ich alles genommen? Woran ist er hier gestorben? An dem Zweihänder-Type? Alter Schwede. Okay, da wo Pfeile sind, dahin schießt er. Da wo... Nein, da sind eher... Da sind eher große... Bolzen. Äh, äh, Ballisterbolzen. Äh. Da wo die Dinger... Nicht... Da wo die Dinger nicht stecken, dahin schießt er nicht. Okay. Renn, renn, renn. Also, ob... Ja, guten Tag, hallo. Ja, das ist ja wie ein Bunker hier jetzt. Oh, das war jetzt nicht. Voll zur Seite, man. Ja, gut, also ich bin sehr verletztlich jetzt. Boah, das fettes Geschütz da oben, alter Schwede. Nein, ich hatte schon gerade... Vor allem einfach... Ähm... Sind das zielsuchende Pfeile, oder wie trifft da ungefähr meine... Nein, meine ich muss... Oh oh... Das ist jetzt gefährlich. Ah... Ah, so genau. So, was hast du da? Großemse! Hey, neuer Spielzeug! Jaaa... Cool. Ja, ein Kack und ich bin tot, ich sollte so zum Feuer gehen. Ach, na dann... Durchritten! Boah, war das knapp! Da lag noch Nuss! Oh, da war knapp! Alter! Was ist das so gekostet? Boah! Alter! Urheilige... Da lag noch eine Menge Loot herum! Das war großes Blut, ne? Mann, ich, ich. Ach komm. No risk, no fun fürs Display, komm. Ich meine, die Serien kann ich ja wieder aufsammeln, das ist ja kein Problem. Ich will aber alles bekommen, was ich dazu bekomme. Wow, wie nach einem Bombeneinschlag. Alter. Was ist das für ein Effekt jetzt gerade? Ach, ist das jetzt der Ring? Warte mal. Erhöht Schadenswinderung bei geringen Trefferpunkten. Das ist der Ring. Ich leuchte so schön. Boah. Alter, wie viel Zeug da auch einfach liegt. So, warte mal. Was war das für ein Ding? Jungerweiter 2. Verwandlung mit Umgebung. Okay. So, wo gab's denn noch was? Nein. Und ich bin gestorben. Wow. Wow. Weil er nicht springt. Es gab wohl Flammenhammer. Weil er keinen Flammenstoß an hat. Die wachsen am Boden und fesseln. Oh. Und fesseln einen Flammenschuss. Okay. Der Schießki dann, ne? Kann ich denn wirklich nicht hier... ...dinkfen? Äh... Ja. Einen Rücken stechen? Äh... Einen Rücken stechen? Äh... Ja. Einen Rücken stechen? Hä? Äh... Okay. Oh, du Scheibe! Das war der Erste Tank? Ja. Ach komm! Zu früh gerollt! Yo! Knapp ey! Knapp! So! Oh! 16 Minuten schon! Na gut. Wisst ihr was? Dann... Okay, alles sicher. Danke fürs Zusehen! Äh... In der nächsten Folge geht es weiter. Ich versuch so schnell es geht das hier alles abzuschließen. Weil sonst... haben wir tausend Folgen Dark Souls. Danke fürs Zusehen! Und bis bald! ...